Das Mistöhlchen ist zu teuer. Nun, kauft's nur, Gauder, kauft's nicht, was an das, was kost das besser? Zwei Golden, sie ist da und a Gauds Messer. Wollt ihr euch den Hals mit abschneiden? Nun, was ist's? Ich geb's euch sowohl feil wie ein anderer. Ihr kauft's, nun, das kann mir als Brot schneiden. Ja, Herrchen! Da, hi, hi, als ob schlickst der und ist doch gehängt. Hi, 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 hi.